Abstand ist das Wichtigste. Damit fährt man am besten. Freundlich, aber trocken und distanziert. Keine Interessen an irgendwelchen Besonderheiten einzelner Schüler. Die Klasse wird unterrichtet, fertig, aus, Ende. Wo ist das hier? Hallo? Hört ihr mal auf? 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 Niko? Niko? Warum hast du diese Briefe geschrieben? Was denn für Briefe? Ich schreibe die Briefe an Peter Franzibier und Büscher. Das war ich überhaupt nicht. Verabsch mich denn! Schauen Sie denn bei jedem Scheiß, dass ich das war. Alle sind gut ausgerissen. Ich bin immer scheiße. Nach der zweiten Marschstunde... ...und... 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 Sein schlimmster Konkurrent, Amundsen, war vor ihm da. Es war alles umsonst. Die ganze Höllentur für nichts. Krass, der muss ja gekotzt haben vor Wut. Die Schwerkraft ist eine Kraft, Komma. Sie zieht alle Lebewesen und Sachen auf die Erde zurück. Punkt. guck, Vielen Dank.